Sooo los geht's, ich nehm' Schere! Ach scheiße! Alter! 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 Ach komm man! So Freunde, ne halbe Stunde geht es, dieses Video. Jaaaa! Schau! So! Nach diesem epischen Finale noch mal ein kleines Freundschaftsmatch. Und der Herr Danny soll sogar ein anderes Deck ins Hang. Wir sind gespannt. Ja, ich habe ein anderes Deck gewählt. So hat er etwa ein anderes Deck gewählt. Ach so, ich setze natürlich diese zwei Karten. Und ich... ...beende mein Zug. Zeige was du kannst. Oh! Sooo! Ich beschwöre Brecher Magischer Krieger. Aktiviere den Effekt. Ach Boss! Unterstöre deine Karte. Nein, nicht mein Banner des Mutes! Oh nein! Oh nein! Und jetzt chillst du einfach so rum, oder? Battle Fights? High Fights! Gräf den verdecktes Monster an! Ha! Halt Kohle! Halt Patschi, Alter! Nice! Oh! Der feine Herr! Oh! Der feine Herr! Alter! Reicht er jetzt? Drei Karten von... Drei Karten verdeckt? Hm... Wir ändern mein Zug. Na klar! Sooo! Ich beschwöre mein... ...Brecher Magischer Krieger. Er kriegt den Zauber der Marke. Du kannst wieder irgendwas machen. Ich aktiviere den Effekt von Brecher Magischer Krieger. Und zerstöre deine mittlere Karte. Maske der Schwäche, Alter! Ich beende mein Zug. Ich beschwöre... ...Brecher Magischer Krieger. Alter! Gib die Battle Fights... High Five! Und greife deinen Brecher Magischer Krieger an! Oh, wie unfair! Nein! Mein Brecher! Ha! Haben wir zum Schluss... Ach, ist ja egal. Klär mal nachher. Zum Privatgespräch. Ja. Alles klar! Also... Ich aktiviere... ...Herz des Unterlegenen. Ich beschwöre... ...Dem Schimmerdrachen. Hm... Geh' in die Bälle Face. Geh' in die Bälle Face. Und greif' den... ...Einen... ...Brecher Magischer Krieger an. Der... ...nicht so stark ist und hochgeputscht wie der andere. ...Durch seine Scheiß-Zauber-C-Marke. Ja... ...Gennau das mache ich. Jetzt! Ich aktiviere faszinierender Kreis. Boah, Alter! Ja, okay. Dann bin ich jetzt. Ich beende meinen Zug! Ja? Ja! Ich beschwöre... ...Ritter des Booms... ...Biete meinen Brecher Magischer Krieger als Tribute an. Ritter des Booms, Alter! Booms! Aktiviere den... ...Effekt von Brecher Magischer Krieger. Ha? Ehrlich? Zerstöre diese Karte. Ach was. Aktiviere zusätzlich noch meine verdeckte Fallenkarte. Weich verrückter und kann eine Karte zerstören. Immer den Drachen. Na klar. Ja. Jetzt noch eine Karte verdeckt. Ich beende den Bezug. Na gut. Ich beschwöre. Verrückter und der Finsternis. Fiffi! Ich gehe in die... ...Battle-Phase. Hm. Und greif deinen anderen Brecher am Magischer Krieger an, der jetzt auch nicht mehr gedopet ist. Tschau! Ich akkoriere Kunai mit Kette. Jaaaa! 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 Alter mein schöner Hund Pfeffi. Jaaaa! Jaaaa! Na dann beendlich mein Swing! Jaaaa! Das geht gar nicht einfach. Jaaa! Alles klar. Ich setze diese Karte. Und mach es dir gleich. Ich beende mein Swing! Oh, nice! Oh, nice! Ich aktiviere Buch der Geheimkünste. Hm. Okay. Küsst du damit meinen Brecher Magischer Krieger aus? Alter, was? Gib die Battle-Phase. Alter, was? Und greif den Flamm-Empachi an! Das war mein Holz-Kohle-Empachi, Mann! Ah! Bin ich doch. Und greife noch den verdecktes Monster an. Jaaa, gut. Okay. Wenn es sein muss. Warte. Geht ihm dein Brecher Magischer Krieger drauf, ne? Jaaa! Schade! Ich setze diese Karte. Und beende mein Swing! Hm. Ich beschwöre... Ritter des Boom! Okay. Geh die Battle-Phase. Hm. Ich greife dein verdecktes Monster an. Nein! Nicht mein Ninkern Hund! Er ist doch gerade das Hokage geworden! Und greife dich direkt an! Waaaah! 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 Ich mach das immer zu zeitig, Alter! Waaaah! Ich beende mein Zug! Na gut, okay. Ich ziehe! Waaaah! Wie ist denn diese Karte? Hm. Und beende mein Zug! Oh! Schön! Ich gehe in die Battle-Phase! Ich greife den verdecktes Monster an! Mann, ey! Gibt's doch gar nicht mehr! Nein! Mehr nur als Kohle! Im Patschi! Und greife dich direkt an! Mein Gehirn! Raaaah! 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 Raaah! Nö! Werden wir in die Inse! Okay. ich beschwöre die gepanzerte biene aktivieren effekt von der gepanzerten biene und halbiere die artikel eines deiner ritter der booms oder des busens ich greife dann doch den ritter an ich beende meinten ich gehe battle face und zerstöre deine biele nein ich meine biele das ist eine karte verdeckt ich bin im entzug ich setze diese karte grinse chemisch chemisch also wie so eine chemische reaktion und beendet im entzug jetzt seine karte verdeckt gröp den vertecktes monster an ganz schön mutig so potte kommen ja also der ist nur ins neuen mann ich setze diese karte die karte und ban am externe die karte die karte die karte die karte die karte Ich intimiere... Wabogu! Chill mal noch ne Runde. Ich setze noch eine Karte verdeckt. Na gut. Werde mit Zug. Ok. Ich setze deine Karte verdeckt. Und grinst du diesmal physikalisch? Wo grinst du denn physikalisch? Das weiß ich nicht. Genauso wenig wie man chemisch grinst. Bei 10.000 Daumen... Die Viere verräterische Schwerter? Man labere dich dazwischen, weil ich grad mit den Fans quatsche, alter. Sorry. Und greife dich direkt an. Oh, ich aktiviere meine physikalische Karte. Oh no! Magischer Zielender! Ah, hör auf! Du bist! Ich bin! Ha! So... Jetzt grinse ich... Ähm... Biologisch... Und kenne meinen Zug. Nice! Okay. Ich geh die... Battle... Phase... Und greife sich direkt an. Ah! Ich werde dabei Zug. Na gut. Jetzt... Du hast ja diese Karte verdämmt. Und... Und... Und er wird in meinen Zug. Okay... 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 ... ... Geht in die Battle-Face? Das ist Kragatschein im Rausch, wa? Direkt da. Nein! Alter. Ich kann mich kaum hulken ey, kaum zügeln. Meine... Kräfte spielen verrückt. Alles klar. Ich beende mein Zuge. Nein! Das hätte ich jetzt ach gern mal gewusst, ob das funktioniert hätte. Ach, bestimmt nicht. Jetzt sei eine Karte verdeckt. Geh in die Battle-Face. Und greif dir ein verdicktes Monster an. Oh no! Das ist der Drache, der in eine Höhle haust. Dieser Höhle haust. Hau so eine Drache. Genau, der stinkt. Du stinkst. Ich beende mein Zuge. Okay, jetzt muss ich mal kurz lesen. Alter, wir wollten nur ein schnelles Video machen, Mann. Ich beschwöre... erfahrender dunkler Magier? Hm... Werden wir zu können? Alles klar. Werden am Erzug? Ich beschwöre Fritters Königs und Bennus. Na gut. Deiner Meinung zu. schon 34 spielzüge ich aktiviere polymerisation ach quatsch und opfere diese drei geheimnisvoller ritter joker angriffsposition 8 also mein erfahrener dr magier kriegt eine zauberzähl marke ja sollte sagen und greift den drache der höhle rost an ach man der war so friedlich komm gib mir noch diese eine runde diese eine nein es war zu spät schweig 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 schweig